Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was passieren wird. Also ich habe viele andere Auto-Partys schon gesehen und könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall gut wird. Man hat nicht die Interaktion von den Leuten, man sieht nicht direkt, was sie machen oder wie die Leute drauf sind, man kann es indirekt wahrnehmen. Die Leute hupen vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich bin gespannt, ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt. Aber ich habe Bock, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf, echt. Ich finde es cool, dass ich hier sein darf und ich reiße das Ding ab. Ja, ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall. Das war's für heute. Musik 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 Heads up! Hands up! Untertitelung des ZDF, 2020